Ich heiße Ömer. Ich habe in der Türkei Bankwesen studiert. Ich komme als Flüchtling in der Schweiz. In der Schweiz gibt es viele Hindernisse und Herausforderungen. Obwohl sie einen Studiumabschluss bekommen oder eine Berufserfahrung haben, das ist eine sehr schwierige Situation für die Flüchtlinge. Sie müssen ihre Abschlusszeugnisse anerkennen, sie müssen neue Umschulungen oder neue Ausbildungen machen und auch neue Berufserfahrungen zusammen in der Schweiz. Einige von ihnen möchten an der Fachhochschule oder Universität studieren, können sich jedoch nicht an der Uni einschreiben, da sie soziale Einrichtungen nicht finanziell unterstützen. Dort zu lernen, eine Ausbildung zu absolvieren oder ein Studium aufzunehmen, das ist der Schlüssel, um sich zu integrieren. Mein Ziel ist es in der Schweiz, für alle Flüchtlinge ein Vorbild zu sein und für meine Familie ein Vorbild zu sein. Und auf eigenen Beinen zu stehen, das ist sehr wichtig in der Schweiz. Wir fordern, dass Geflüchtete bei der Finanzierung eines Studiums unterstützt werden.